Moin mein Freunde was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Worms mit Dodo und Chris Dodo ist heute erschwert weil der nur vier Würmer hat. Du bist ein Wurm. Weil du keinen fünften dazu gemacht hast. Ich hab fünf. Alter war das wie wies. Was geht ab? Geh mal weg hier. Geh mal runter zu deinem Freund. Ja nur minus 30 ist okay. Ich find die Geräusche so geil ne. Hi Chris. Du hast aber auch immer den Wurmlack des Todes ne. Ja das kann sein. Den Wurmlack des Todes. Da fliege ich nicht weit genug. Ich hab keinen Baseballschläger. Wie werfe ich, wie schlag ich denn? Das sind sehr krass. Ich hab dir nix getan. Alles gut. Ich weiß. Und das hat der Wisch gemacht. Ich hab dir sowas für dich. Warte? Okay hab ich noch nicht. Und das Feuer. Und nochmal Feuer. Und nochmal Feuer. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Halt Maul. Dodo. Ich geh mal was zu trinken. Ich hab hier sowas für dich. Warte. Okay hab ich noch nicht. Aber gleich. Ähm. Hallo? Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Ich hab keine Ahnung, was der hier macht. Keine Ahnung, was der hier gemacht hat. ein größe noch mal schifft bitte wieder da weiter und lehrt weiter rücken leertaste mann gott war ich eigentlich schon mal dran jetzt ein coole sache meint seit ich gesagt habe ich immer was dringend 321 danke dass du mich dahin schubst ich wollte eigentlich auf die andere seite springen aber das hat irgendwie nicht geklappt fliegt darüber zu den drei bürger mann werf eine mine rheinlösung da sind vier würmer dazwischen ist einer von seinen würmern nur zwanzig ja der macht nur 20 schaden ist ja behindert wir nehmen den eigentlich nur um ins wasser zu schlagen ja der ist eigentlich nur zum wegschubsen langweilig zeit für russland warte mal ist das thema ganz kritischen thema natürlich muss er seine chef in allerleinen satz wieder bringen irgendeiner muss das ja hatte chris ja du weißt du weißt du wirst gute freunde ja also das muss nicht sein so noch dann ja ja plomb runter gefallen oh nein da werden sie alle auf einem haufen erwischen leertaste dodo jetzt chill doch mal alles klar eigentlich sollte er dann das ding fallen lassen wau hat er dich gut schlug zu mir das legt mal tnt dahin bitte sammelt doch erstmal die kiste da vorne ein ich rede die explodiert mit die kiste du kommst nicht vorbei du gehst dich selber alex ja alter wie kann ich denn noch mal springen du kommst nicht vorbei mussten sich nach hinten gehen wie lege ich denn jetzt tnt hin leern du hast ich bin ich du kommst nicht vorbei nur 32 ja jesu kommst du jesu christi meine ich wir können das alles im friedlichen klären wenn wir das könnt ihr nicht nein das ist krieg scheiße was hast du bekommen weiß ich nicht was das sein soll definitiv was mache ich da das wäre zu doof oh shit ich bin mit tot oder der hat noch zwei dm am arsch und er hat halt zwei bürger von sich geklärt kein problem jung ja ist das wirklich kein problem chris das ist wirklich kein problem die runde ist sowieso fail gewesen hast du doch am anfang schon gesehen er ist ein fail das mongolei und russland in frieden mongolei und russland also ja ja achi du du die kommt wieder zurück ich sag es dir ich drück die feldetatte und das ist ne mine weißt du was jetzt richtig mies wäre wenn er jetzt auf noch ne mine geflogen wäre wie die immer schon wieder schön mit dir zu spielen dodo hi todo hi todo Du willst doch nicht zwischen deinen drei, vier Würmern was machen. Mach die Kattli weg, Junge. Er holt den Mörser raus. Er holt mich da oben raus. Nein! Suizid-Worms. Aber echt. Aber echt, Alter. So, du hast heute den Kanalträder jetzt eigentlich vollständig hochgeladen, oder wie ist das? Er ist jetzt soweit fertig, ich wollte ein neuer OK haben. Ich habe mir noch nicht angeguckt, leider. Das mache ich gleich. Ach, Christoph ist mir auf den Sack. Ist das so? Ihr Schatz-Herbersen. Jetzt macht doch. Ich bin gerade am gucken, was ich hier so kaufen kann. Du hast noch 20 Sekunden, du da bist. Ja. Was ist das hier? Jetzt krieg ich noch Holy Grenade ab. Oh, 4, 3, 2, 1. Vielleicht überlebst du ja noch Dodo. Überlebst du auch noch Dodo. Ja, ja, alles gut. Das sollte so. Warum ist der Wicke jetzt dran? Ich bin dran. Nee, Dodo ist immer nach mir. Das geht nach der Liste, wenn er am ehesten lebt. Ich habe angefangen. Letters für der Wicke. Das war mal ein Baseballschläger, auch ein Kiel-Golfschläger, du Idiot. Ist egal. Was war denn das jetzt? Das war halt. Das ist doch unfair. Unfair. Hey. Hey. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Hey, Dodo. Ich habe da so ein Baseballschläger letzte Runde gefühlt. Hoffentlich legst du drüber. Geh mal weg da. Oh, aber noch Fallschaden, Alter. Ich bin wieder da, wo ich eben war. Minus 30 ist ja gar nichts. Da, wo du hingehörst, Junge. Hi, grüß dich. An sich die Kiste sammelt. Dodo. Einfach eine Hodenate dazwischen die drei. You know, I mean it. Bei Alex ist noch eine Heelkiste. Halt schon mal an die Knauze. Ah, er will ihn runterspülen. Eine Spüle. Komm, gib ihm die Basis. Nicht ran, jeder. Lack, du bist in Wasser gelandet. Oh Mann ey, so ein Trottel. Er träumt hier aber auf nur Romeo. Ich träum nicht. Yes, sir. I'm on it. Hehehe. Hey, dude. Hey, dude. Hi. Ich sollte dich leben lassen. Nein. Nein. Ach, komm schon. Ah, danke fürs bisschen Wasser weg. Nee. Fuck you. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Oh. I'm on it. Ich hab's aber auch nicht drauf heute ey. Hey, Dodo. Ja. Guck mal, was ich hier hab. Hört euch an, was wir hier haben. Hahaha. Oh, ich muss trotzdem auch Marsch. Halleluja. Boah, das zischt wie Brausepulver, Alter. Oh. Hahaha. Wie Staub ist das? In Luft aufgegangen. Das ist wie bei Cosmo und Wander früher, das Baby. Puh, puh. Das ist nett gewesen, Chris. Kein Ding. Boah, ich brauch mein Arsch so wehtun. Ich hab mein Portemonnaie noch in der rechten, in der großen Tasche. Ich hab's nicht Spaß beim Werfen. Das war ja ein krasser Wurf. Boah, zischt wie Brausepulver, sonst sag ich ja. War das geplant oder sollte da noch was kommen? Hey, 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 hey. Hey, Fiko, Alter. Ich hab halt noch die meisten... Wir sind ja jetzt eigentlich alle auf, ja, ne? Gut. Hi, sein Tish. Hi. Tish. Obwohl das ein bisschen dämlich ist. Nur warum, da kann man verschiedene Zichten reinmachen, Mann. Richtig. Jedes Mal, wenn einer halt den Move hat. Den Move? ich glaube der folge hat keiner denkt er hat den group weiß was ich meine immer wenn der andere dran ist ich habe nichts alles wieder auf christ da oben ja habe ich doch vorher entspann ich doch mal was hast du denn die weg damit ich habe planning an airstrike was nur minus 5 sollen die pisse alex lebt halt am meisten vom leben die banane kommt das geld das sicher jetzt erst natürlich und jetzt kommt die habe ich schon so bestürzt mich da so ein bisschen ja aber die kostet viel mehr nein und ich glaube die holen ja die holy date kannst du glaube ich nicht kaufen ich glaube schon 14 coins da winky d30 brauchst du mit dem ich ärgern wenn das ja immer so faszinierend dass man in der kern mein linkes auge also mein rechtes auge perfekt sieht aber mein link ist nicht so extrem ich weiß aber auch nicht das ist voll übel so wie geht das jetzt ich muss das auswählen womit ganz unauffällig du drückst zuerst mehr taste dann drückst du noch mal tappen und jetzt wieder leer taste dann noch ein bisschen oben drauf auf bei ich runterfall hallo meine freunde und tschüss ein guter mutter definitiv was war das jetzt chris teleporter geht mich an ich bin ein teleporter aus der 20 münzen für münzen alter es wird hier früh dunkel was läuft er denn da das wasser weg was hast du denn gemacht so habe ich jetzt minus fünf ein I'm on it! ja was er tut hat er noch genug die fallen wieder runter und die frage ist jetzt die kein krissel desto dunkler jungs wir müssen uns beeilen du schon mal die banane raus warum gehst du eigentlich ständig auf mich jetzt an die anderen komme ich nicht ran johann bin doch gar nicht auf dich gegangen ich habe doch alex getroffen genau von meiner nase kommt man nicht auf diesen was ein vernichtungs vase war wenn ich war das bestimmten esel drin aber gott aber gett und der schlimmer amagodon hier hat jemand für dich alex der hexe kann pupsen und er explodiert gleich du nur wenn du leertaste drückst du zieh ich scheiß den halt jungen das code erstmal wasser abfließen lassen und komm dodos Würmer saufen alex seine Würmer saufen nicht dodos dodo hat noch zwei Würmer wo ist denn der 2 weiß ich nicht weg ach da unten hey alex ich muss dir auf dich gehen ich kann nicht mehr entspann dich waren kaputt die airstrike nummer ist rum ja da ist nur ein dafür kannst du auch den normalen nehmen verzeih mir vater ich habe gesündigt schau rein ff 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 es gibt mich chris noch und andersrum ist gleich schon viel besser wenn man das licht an macht hier heiße heiße auskrisselt immer noch leichter das ist zu hell alter fuck hallo war bin ich immer wieder dran jetzt gleich wenn du durch ist ist der tag 1 durch du wirft jetzt eine banane ich weiß ich kenne lange noch dodo ich weiß schon dass ich mich auch kasse dich dodo ich hasse dich dodo hat auch schaden kassiert ich habe zwei von meinen dudes gekillt ich glaube ich hole den wasserdud da raus kristallix zwei jahren da wird natürlich gönnt er sich mich stinkt hier auch ein 1 1 1 stinke tier das nehmen wir nicht wir nehmen den düd was gut tut wenn der jetzt nicht tot ist dann fresse ich den besen ne ne ich bin tot besser ist das alter immer wieder in spaß damit geht es gleich wieder besser auf jeden fall ja aber chris also du weißt wir waren noch freunde also muss das jetzt sein wir waren freunde als ob ich keinen schaden gekriegt habe ok auch wenn ich die gesundheitskiste direkt gesnackt hat er war das glück oder so ins gesicht oder mit dem raketenwerfer direkt ich lebe für immer und werde dich auch im tod verfolgen alex hat sich mit dem falschen wo mann gelegt doch wenigstens bilder bitte meinen 2 hp wo wir kommen schon chris kommt schon jetzt macht doch nicht kommen schon chris also wirklich jetzt kommen alter kommt schon du hast du hast nicht überlebt alex hast du noch ein könnte dürfte müsste ich glaube nicht dass er noch einen hat aber ich habe mit basic macht nur 20 hast du noch eine holy oder banane dann legst du direkt vor seine nase die banane ich habe eine banane dann legst du direkt vor seine nase wie einfach nur ein bisschen antippen mach dich weg das überlebe ich nicht ich habe nicht überlebt unentschieden das gibt trotzdem unentschieden das kann doch nicht wahr sein willkommen alex wir sind bei der erste einfach abgezogen alter was für ein lack müssen wir bitte haben dafür alter wie immer letzter kann man nicht ändern selbst der f1 ist das die an das gemeint meister erlegte wurm gegner 50 jungs jungs ich zähle mal kurz auf meist also von mir jetzt meister erlegte wurm gegner 5 meister gegner schaden 539 wer das jetzt weggeklickt okay dann mach mal die abmoderation chris leute ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen abend bis zur nächsten folge haut rein da habe ich kauf